Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Brothers U Deluxe. Wir sind in der Sandkust Kuchenwüste und begeben uns in Lakitus Garten und schauen wir mal was uns in Lakitus Garten so erwartet. Wenn ich raten dürfte, würde ich sagen vielleicht der ein oder andere Lakitu. Da haben wir eine Eisblume, die möchte ich aber nicht haben. Naja, schauen wir uns erstmal ein bisschen um. Und da vorne ist auch schon einer. Kann ich dem die Wolke klauen? In den anderen Spielen von Mario war das immer so, dass man dem eigentlich immer seine Wolke klauen konnte und damit durchs Level huschen konnte. Jetzt habe ich ihn verpasst hier. Na komm, wirf mich noch einmal ab. Dankeschön. Ich will ihn doch nur treffen, den Burschen. Ja, ich habe ihn. Und ich habe die Wolke. Fantastisch. Also, man kann hier Wolken klauen, wie ihr seht. Mario ist auf jeden Fall ordentlich glücklich. Die Wolke auch. Ich glaube, die Wolke, die mochte Lakitu nicht so hundertprozentig. Oh nein, leider verschwindet die auch wieder. Schade. Ich habe gedacht, wir könnten jetzt die Wolke bis zum Ende des Levels vielleicht behalten. Dürfen wir aber anscheinend nicht. Naja, schauen wir uns mal ein bisschen weiter um. Da vorne haben wir eine große Münze. Und ich habe uns eine Wolke besorgt. Wir haben eine weitere Wolke. Ja, schweben wir einfach mal ein bisschen durch den Level hier durch. Was haben wir da oben? Ganz viele Münzen. Ah, das sieht hier aus wie eine Stelle, wo man auch nur mit der Wolke hinkommt. Es könnte natürlich sein, dass es hier ganz viele versteckte Sachen gibt, die man nur mit der Wolke erreichen kann. Sagt mir jetzt mein Gespür gerade. Also, schauen wir mal, dass wir vielleicht nochmal eine Wolke bekommen. Ah, mit den roten Münzen. Da hätte ich jetzt ein bisschen besser drauf achten müssen. Ah, da ist eine riesige Piranha-Pflanze. Und ich habe uns noch eine Wolke besorgt. Gibt es denn hier noch irgendwas, was wir uns anschauen können? Oder anschauen müssen vielleicht sogar. Da ist eine Röhre, die sieht ganz interessant aus. Können wir da rein? Na. Tatsächlich, wir können in die Röhre reingehen. Wer hätte es gedacht, bei Mario in eine Röhre. Und da oben haben wir eine weitere große Münze. Wie wundervoll. Wir haben also unsere zweite schon. Ja, würde ich sagen, gehen wir direkt wieder nach draußen und schauen uns direkt mal ein bisschen weiter hier um. Da links, das sieht aus wie ein Geheimgang vielleicht. Ich gehe mal hier zur Seite. Ne, da ist nichts versteckt. Sieht aber sehr, sehr ominös danach aus eigentlich. Ah, noch so eine riesige Piranha-Pflanze. Und noch eine. Oh Gott. Ah, okay. Ich habe jetzt einfach mal die Münze hier genommen. Ähm, vermutlich hätte man die auch kaputt machen können. Egal. Wir haben die Stage geschafft. Wir haben den Level vor allen Dingen geschafft. Und wir haben alle drei roten Münzen, sondern großen Münzen abgestaubt. Ja, erstaunlich schnell irgendwie. Ging erstaunlich gut das Ganze. Oh, ich mich drüber. Und wir können weitergehen. Und zwar zu Mortens Pressfestung. Das in dem Schiff, das dürfte wahrscheinlich der gute Morten sein. Und dem machen wir jetzt sowas von den Gar aus. Ah, hier links. Sieht direkt aus, als ob man da hochgehen könnte. Und, kann man das? Ne, kann man anscheinend nicht. Naja. Vielleicht doch kein so offensichtliches Geheimnis. Außer man findet hier einen Mikropilz oder so. Ne, scheint aber nicht der Fall zu sein. Ich mag übrigens unheimlich gerne diese Boss-Dungeon-Musik. Ich finde die total klasse. Also, Lieblingsmelodie aktuell aus diesem Spiel. Auf jeden Fall die Dungeon-Melodie. Ich glaube, die kommt ursprünglich aus Mario World oder Super Mario World. Meine ich jedenfalls. Und dann haben wir unsere erste große Münze. Und wir haben direkt den Tod gefunden. Natürlich auch. Da hätte ich vielleicht mal ein bisschen früher, ein bisschen schneller drüber laufen müssen. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Genau. Also, die Musik, die erinnert mich auf jeden Fall an, ähm... Ich benutze einfach mal ein Item hier. Die Musik erinnert mich auf jeden Fall an Super Mario World. Und ich meine auch, da kam es zum ersten Mal vor. Vielleicht aber auch in Mario 3. Boah. Jetzt bin ich mir gerade selbst nicht mehr sicher. Naja. Auf jeden Fall habe ich da oben eine Stelle entdeckt, wo man tatsächlich hin kann. Oh, da gibt es aber leider nur normale Münzen. Ich hätte gedacht, hier wäre so ein super Geheimnis. Deswegen habe ich jetzt den Eichhörnchen angezogen, damit ich da in die Ecke springen konnte. Tja. Leider sehr, sehr unspektakulär das Ganze. Also, wieder ab nach unten. Ja, wenn ihr wisst, wo das erste Mal diese Dungeon-Melodie hier auftauchte, gerne mal Bescheid sagen. Würde mich sehr interessieren. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Meldet euch. Vielleicht... Ach, das gibt es doch gar nicht. Jetzt habe ich mich da zerquetschen lassen. Wie peinlich. Ei, 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 ei. Also, dasselbe nochmal. Wir haben ja noch 100 Versuche. Keine Sorge. Ne, 100 nicht. 41 Versuche haben wir noch. Um Mortens Pressfestung hier zu beenden. Also. Nochmal geht es hier zur Seite. Vielleicht passe ich diesmal auch ein bisschen besser auf. Aber zumindest wurde ich schon mal nicht zerquetscht. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ah, ihr kriegt mich auch nicht. Dafür kriegen mich die Feuerviecher hier. Naja. Also, hier muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Hier sollte ich jedenfalls ein bisschen aufpassen. Ah, okay. Das war ein bisschen zu früh. Da muss ich nochmal reingehen. Ihr seht schon, jetzt muss ich hier auch ein bisschen ausprobieren. Da kommt man auf jeden Fall drüber gerannt. Theoretisch. Hey. Wer ist denn da? Ach, das ist doch hier der, ähm, wie hieß er nochmal? Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, den man fangen muss. Ja, einfach mal hinterher gehen. Versuchen wir nochmal, den zu fangen. Da oben hat er auch sein Symbol. Mopsi hieß er, glaube ich. Und tatsächlich, da ist Mopsi. Wir machen also mal kurz ein bisschen Abwechslung von dem Dungeon, in dem ich so versage. Und versuchen mal hier, Mopsi zu fangen. Da. Ei, 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 ei. Das ist schon ein bisschen schwieriger als die erste Stage, wo wir den gesammelt haben oder gejagt haben. Ah, komme ich dem hinterher? Na, komm. Nein, das gibt es doch nicht. Und auch hier versage ich. Was ist denn los heute? Da war ich in den anderen Parts aber deutlich besser. So, ich nehme jetzt einfach einen Stern. Mit dem Stern laufe ich jetzt durch alles durch und sammle den, Mopsi. Ich, ähm, das ist jetzt mein Fruststern. Mein Frust. Ich möchte den Level nicht nur hundertmal machen, Stern. Also, hinter Mopsi her mit ein bisschen Hilfe. Und tatsächlich, da haben wir ihn. Das war deutlich einfacher als, ähm, ohne Item. Und wir bekommen etwas von Toad dafür. Mein Zeugs, tausend Dank. Hier, nimm dies als Zeichen der Dankbarkeit. Ein Power-Archorn. Wundervoll. Rein damit in unsere Itemtasche. Und das war's mit Mopsi. Mopsi ist wieder weg. Also, jetzt aber wirklich zurück zu Morten oder zurück in Mortens Pressfestung. Und diesmal versuchen wir endlich mal diese große Münze zu bekommen. Und ich versuche mal den Flammen auszuweichen, damit ich meinen Pilz behalte oder meine Größe hier behalte. Das wäre durchaus angebracht und vor allen Dingen durchaus hilfreich auch. Na, nee, nee, nee. Diesmal reagiere ich nicht über. Also, man, die stehen aber auch echt nicht lange zusammen, die Säulen. Und, oh, diesmal hat's geklappt. Fantastisch. Mensch, wir haben die große Münze bekommen. Was haben wir hier? Eine Eisblume. Die nehme ich natürlich auch mit. Da oben eine rote Röhre. Und hier sehe ich doch eine grüne Röhre versteckt. Ja, aber so richtig versteckt war die eigentlich nicht. Hey! Und da ist ja auch schon die zweite große Münze. Das ging ja jetzt doch ziemlich flott, das Ganze. Gar nicht mal so kompliziert. Jetzt müssen wir natürlich noch schauen, dass wir hier unten durch dieses Lava-Gebiet durchkommen. Ja, ich warte einfach mal ein bisschen. Ich mache jetzt mal ein bisschen einen auf geduldig hier. Denn ich möchte natürlich im Idealfall jetzt nicht mehr sterben. Wo wir jetzt schon die ganzen schönen Sachen gesammelt haben, möchte ich die auch behalten. Zumindest Mittelstäbchen haben wir schon mal. Und eine weitere Eisblume für unsere Sammlung. Oh, da unten ist die große Münze. Wie kommt man denn da dran? Da muss man auf diesen, dieses Teil hier springen. Ja, das hat funktioniert. Okay, und hier kommt man einfach wieder nach oben. Deutlich leichter als Münze Nummer 1 meiner Meinung nach. Geschafft. Und auf die andere Seite. Jetzt könnten wir aber langsam auch schon mal zu Morden kommen, finde ich. Ne, die Sachen hole ich mir da nicht, die Münzen meine ich. Das war mir jetzt zu stressig, hier hinzukommen. Und da haben wir einen Pfeil, der mir sagt, dass wir sehr, sehr, sehr in der Nähe von den guten Morden sind. Ah, passiert hier was? Ah, die Plattformen bewegen sich. Oh, passiert sonst noch was? Da rechts kommen noch Plattformen auf uns zu. Ja, da springe ich jetzt nicht hin, sondern ich warte, bis die vielleicht hier hinkommen. Nein! Ach, ich Idiot, da hätte ich nicht drauf gedurft. Ah, das unendliche Dungeon oder das unendliche Schloss hier. Aktuell zumindest. Soll ich jetzt ein Gegenstand benutzen? Ne, benutze ich nicht. Wir gehen einfach noch mal rein und wir schauen mal, ob wir es jetzt vielleicht endlich mal hinkommen, irgendwie zu Morden hinzugelangen. Jetzt muss ich die eine Münze noch mal holen. Ja, wobei, die war jetzt nicht ganz so schlimm zu finden oder nicht ganz so schlimm zu besorgen. Damit kann ich noch leben. Ja, und damit leben ist ja auch das Motto hier der aktuellen Let's Play-Folge. Denn das schaffe ich aktuell nicht, zu leben. Ah, nee. Münzen lasse ich. Ach, jetzt bin ich schon wieder dagegen gesprungen. Mann, Mann, Mann. Meine ewige Ungeduld. Und da bringt mich meine Ungeduld schon wieder um. Hallo und herzlich willkommen zu einer sehr unauffällig geschnittenen Stelle. Ganz, ganz unauffällig geschnittenen Stelle. Meine Lebensanzahl hat sich einfach dezimiert. Nein, ich hab hier mal ein bisschen geschnitten, falls ihr euch wundern solltet. Denn, ähm, ich bin hier so oft gestorben, dass es mir selber jetzt auf den Keks gegangen ist. Und, äh, das wollte ich euch jetzt nicht alles antun. Ich wollte jetzt nicht, dass ihr hier hunderttausendmal diese Stelle anschaut, sondern nur ein paar Mal. Und das haben wir ja gemeinsam schon. Also, wir gehen weiter nach rechts und versuchen diesmal zu überleben und durch diese Passagen hier durchzukommen. Oh, oh, oh. Schon werde ich fast wieder gegen die Flammen hier gelaufen. Glück gehabt. Weil nicht Glück gehabt, Skill gehabt. Und wir kommen zu der Stelle, wo ich schon ganz oft gestorben bin, nämlich diese blöde Situation hier. da kann man natürlich stehen, da wo diese Münzen sind. Und diesmal hat es geklappt. Ich bin nicht gestorben. Ich kann es selber noch kaum fassen. Und tatsächlich, wir sind bei Morten angekommen. Behalten wir jetzt die Eisblume oder nehmen wir die Feuerblume? Nein, wir behalten die Eisblume. Ich finde die eigentlich ganz cool. Also rein zu Morten, liebe Freunde. Und schauen wir uns mal an, was der Morten uns zu bieten hat. Da im Hintergrund fliegt er schon auf seinem Flugschiff der kleine Fettklops. Und hier haben wir wieder so eine Kanone, mit der wir uns zu dem lieben Morten hinschießen können. Und das machen wir natürlich auch direkt. Also, wir sind auf dem Schiff. Schauen wir mal, was Morten uns zu bieten hat. Oh. Dass er überrascht ist, dass wir kommen. War doch klar, dass wir kommen, oder? Oh, ah. Ey, der hat sich ein Poki besorgt. Wie gemein. Ich springe jetzt einfach mal so auf seinen Kopf drauf. Wie unfair. Man darf sich doch nicht einfach hier Pokis nehmen. Oh. Ah, jetzt wurde ich nochmal getroffen. Na, egal. Ich überspringe das mir immer so ein bisschen. Ich gehe einfach immer dahin von der Stelle, wo er stehen bleibt. Oder auf die Stelle, wo er stehen bleibt, meine ich. Dann kann ich ihn nämlich direkt angreifen. Und das war's. Wir haben ihn besiegt. Nach diesem sehr, 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 sehr langen Dungeon, den wir vorher hatten. Na ja. Let's go. Mario ist froh. Wir sind froh. Alle sind froh. Denn wir haben Morten zurück in die Jagdgründe geschickt. Wie man auch eindrucksvoll an dieser Animation da vorne sieht. Wunderschön. Und da fliegt er nach oben, der gute Morten. Und das war's. Wir haben eine weiße Flagge bekommen. Das freut mich. Und wir haben eine neue Welt freigeschaltet. Erstmal speichern wir natürlich. Speichern beendet. Und wir schauen einmal kurz ins Menü. Also, wie ihr seht, wir haben alle Sternmünzen bis jetzt bekommen. Dann schauen wir doch mal, wo wir als nächstes hinkommen. Wir können nach oben gehen in die Eiswürfeleisfälle oder nach unten ins Minzmeer. Ah, wo gehen wir hin? Ene mene miste. Wir gehen ins Minzmeer. Ich hab Lust aufs Minzmeer. Und da ist eine Teleportröhre. Erstmal kommt natürlich die Meldung Minzmeer. Und da haben wir unseren Zwischenboss schon entdeckt. Einen kleinen Yoshi und ein großes Schloss mit einem weiteren Koopa dahinter. Und hier haben wir unsere erste Stage aus dem Minzmeer. der Strand der Tausend Fontänen. Let's go. Wir schauen uns den Strand der Tausend Fontänen an. Hoffentlich eine coole Stage. Oh, das sieht ja hübsch aus. Jetzt sind wir aus der Wüste raus und trotzdem haben wir wieder so Segmente, wo wir nach oben geballert werden. Das letzte Mal waren es ja keine Wassergeysire, sondern Sandgeysire. Naja. Einen Pilz nehmen wir immer mit. Die Krabben sind ja goldig. Aber wieso wollen die mich abschießen? Oder abschmeißen, eher gesagt. Ich habe denen nichts getan. Ich schwöre es. Ich habe gedacht, da unten wäre bei der Piranha-Pflanze vielleicht ein Geheimnis. Hier vielleicht? Nee. Aber da oben sehe ich eine große Münze. Unsere erste große Münze. ein sehr, sehr schöner Level. Wirklich hübsch das Ganze. Ganz, ganz, ganz schön. Unten im Wasser sehen wir ganz viele, ähm, wie heißen sie noch gleich? Cheep Cheeps, glaube ich. Das sind diese kleinen Fische, die ihr vielleicht aus den Super Mario Spielen kennt. Ja, und Hauptfaktor ist hier, glaube ich, tatsächlich, oder Hauptproblemquelle in dieser Stage, sollen, glaube ich, diese kleinen, krabbenartigen Wesen sein, die einem ja tatsächlich so ein bisschen auf den Keks gehen könnten, wenn wir ihnen nicht so meisterhaft ausweichen würden. Jetzt habe ich große Klappe, aber vorhin in dem Dungeon war ich ganz schön schlecht. Naja. Da haben wir das Mittelstäbchen. Oh nein, ich habe das Leben in die Schlucht fallen lassen. Wie ärgerlich. Ah. Da kann nicht immer alles funktionieren. Den hier, den schmeiße ich erstmal zur Seite. Na, ab ins Wasser mit dir, da gehörst du hin, du kleine Krabbe. Und da unten haben wir eine Röhre. Können wir in die Röhre rein, vielleicht? Sieht ja ganz so aus, oder? Die ist auch nie im Leben zufällig hier. Tatsächlich, wir können rein. Und ein Leben in einer Muschel. Ach, wie schön. Ach, die Muschel ist ja goldig. Die sieht ja niedlich aus. Schaut euch mal die Muschel an. Mit den großen Augen. Die sieht so ein bisschen aus wie einer von den Sternen oder diese Power-Sterne, die man sammeln kann. Sehr, sehr süß. Also, her mit dem Leben. Dankeschön, mein kleiner Freund. Und wir gehen zurück an die Oberfläche. Und an der Oberfläche suchen wir weiterhin unsere lieben Grünzen. Ein Regenbogen. Ach, ist das eine schöne Stage. Gut, dass ich mir das hier ausgesucht habe. Statt die Eiswelt. Das ist ja echt toll hier. Also, ich bin begeistert. Ich finde es wirklich schön hier. Was ich noch schöner fände, wäre, wenn ich wüsste, wo hier denn nur die dritte Münze ist. Ah. Vielleicht finden wir sie ja noch. Aber wenn wir sie nicht finden, müssen wir sowieso noch mal in den Level rein. Da gibt es keine Ausnahme. Ah, denn hier ist schon das Ende der Stage leider auch erreicht. Ah, kann man hier in eine von den Röhren vielleicht rein? Ne, sieht nicht so aus. Ich mache die noch mal kaputt, die Piranha-Pflanzen, um sicher zu gehen. Aber da scheinen sie nicht zu sein. Wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Wenn wir schon mal hier sind. Da ist ein Powerblock. Bringt der uns irgendwas eigentlich? Da, vielleicht wenn ich ihn nicht ins Wasser geworfen hätte, dann hätte er uns tatsächlich was gebracht. Naja. Ah, da vorne in der Röhre waren wir ja. Da brauchen wir auch nicht noch mal reingehen. Es gab aber auch wirklich lange nichts, was danach aussah. Jetzt, ob da irgendwas versteckt wäre, kann man hier vielleicht rein? Oh, jetzt habe ich mich hier in eine unangenehme Situation gebracht. Oh, jetzt habe ich mich in eine noch unangenehmere Situation gebracht. Ah! Okay, wir beenden den Level erstmal sicherheitshalber. Ich will nicht jetzt hier noch drauf gehen. Das wäre ärgerlich. Ich möchte wenigstens die beiden Münzen auf jeden Fall safe haben. Das fände ich schön. Also, sind wir gleich schon da. Ja, ich sehe hier aber auch jetzt nichts spontan, was irgendwie helfen könnte. Wir sind also im Ziel und haben zumindest ja schon mal zwei Münzen bekommen. ja hallo und da ist die Map wieder. Also, wir können zur nächsten Stage gehen und zwar zu, wie heißt sie, tropischen Tiefen. Da gehen wir aber noch nicht rein. Wir gehen noch einmal zurück an den Strand und schauen uns hier noch einmal en Detail um. Es muss ja relativ nah am Ende sein, denn die Reihenfolge der Münzen ist ja schon klar vorgegeben oben. Also, immer die ausgegraute Münze liegt vor, hinter oder zwischen den anderen beiden. Heißt, wir haben die ersten beiden gefunden, die werden uns ja oben links angezeigt und die letzte ist ausgegraut. Heißt, hinter der zweiten gefundenen Münze sollten wir noch eine dritte finden. Aber wo mag das hier sein? Wo, wo, wo? Wo war denn nochmal die zweite? Ich habe schon wieder vergessen, wo die zweite war. Ein fantastisches Gedächtnis, was ich da habe. Da unten hatten wir ein Geheimnis. Ne. Hm. Was können wir eigentlich mit dem Block machen? Gar nicht. Hey! Ach! Ach, man muss den Powerblock benutzen, dann kommen die runter. die Münzen, beziehungsweise da kommen Münzen runter und da war eine große Münze drunter, unter den kleinen. Das muss einem aber auch jemand sagen, das wusste ich gar nicht. Naja, das merken wir uns auf jeden Fall für die nächsten Stages. Das könnte natürlich noch einmal Teil der Rätsel sein oder dieser Münzsuche sein. Für den Moment würde ich aber sagen, wir beenden diesen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und es hat euch bis hierhin gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Ihr wisst ja, ich freue mich immer sehr darüber. Ja, so oder so, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao!